ja hallo michael kotze der rucksack unternehmer willkommen an diesen fantastischen tag heute verdienen wir immer wieder 10 euro mit get more keine ahnung was get more ist aber der liebe floferell hat ein video gemacht dafür erst mal einen daumen hoch da abonniert habe ich den kanal auch und wir schauen uns das einfach mal an ja zehn euro immer wieder warum nicht ja hallo und herzlich willkommen zu diesem video mein name ist und in diesem video möchte ich dir zeigen wie du zehn euro verdienen kannst mit get more das ganze ist wirklich eine richtig tolle methode ist es keine schnell reichwertmethode aber wirklich richtig klasse weil die der anbieter einfach so kein millionär in drei tagen funktioniert auch nicht aber warum nicht nur zehn euro kann man ja mitnehmen und wenn das ja immer wieder ist ich sehe schon so ein bisschen reise möglichkeiten hier gibt geld zu verdienen und wenn du fragen hast zu dieser methode oder auch zu anderen dingen folgt mir gerne auf instagram flow.phorel und schreibt mir doch gerne eine nachricht ich antworte dann in der regel auch relativ zügig und jetzt beginnen wir einfach mal mit dem video und ich möchte vorstellen warum das ganze wirklich so mega gut ist dieses programm weil es geht hier nicht darum dass du hier irgendwie cashback oder sowas verdienst in dem und dinge kaufst und daneben einen gewissen prozent anteil davon wieder bekommt ja das ist ja auch kein geld verdienen das ist ja geld sparen das vergessen auch viele seiten das ist geld sparen eventuell aber wenn du das mal ausgeben muss ja wenn es sowieso macht und kriegt so ein 2 prozent cashback kannst der mitnehmen aber es kein geld verdient für mich ist nein es geht darum dass du freunde oder eben einfach auch fremde personen entführt und dann bekommst du hier zehn euro einmalig okay das hört sich sehr cool an mit der ersten ebene und zweiten ebene ja schon etwas interessant wenn du jemanden geworben hast plus zehn prozent ein leben lang an den cashbacks die diese person quasi hier auf getmore generiert okay hey ich werde ja immer wieder gefragt von euch hey michael was machst du eigentlich nicht und so hier ist mein youtube kanal von null auf sechs stelle ich bin online marketer affiliate marketer über 2000 abonnenten habe ich auf den kanal jeden tag kommt auch ein video online und es geht auch um das thema geld verdienen nicht speziell nur internet sondern auch morgen routine oder 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 schreibe einfach mal vorbei und jeden samstag 19 uhr bin ich live dort ja lass auch gerne ein abo da link pack ich im ersten kommentar rein zum hauptkanal und jetzt schauen wir einfach mal weiter was wir so alles haben für 10 euro oder was wir da machen müssen das heißt du lädst jemanden ein für ein programm was komplett kostenlos ist wo diese person auf einkäufe eben cashbacks bekommt das heißt wichtig kostenlos zum beispiel bei ebay irgendwas kauft bekommt zu gewissen prozentzahl ich sage mal von sechs prozent oder sowas eben als cashback und du bekommst dann eben davon noch mal zehn prozent ab das heißt du würdest dann in dem fall 0,6 prozent von dem cashback abbekommen und allein diese zehn euro die lohnen sich einfach schon sehr weil du halt wirklich eine person für ein programm wirks das nichts kostet ich zeigte das jetzt hier einfach nochmal und das ganze dann wirklich zusätzlich dann noch mit diesem prozentualen verdienst daneben noch steigern kannst und das ganze mit get more ist wirklich richtig toll weil das ist einfach gerade jetzt zum beispiel in der reinheit werde ich mir auf jeden fall mal anschauen ich habe mich bei einer anderen seiten angemeldet und dann auf einmal sollte ich zehn euro für die anmeldung bekommen weil ich auch im link von jemand anders benutze die zehn euro habe ich nie bekommen war echt schlimm der black friday week und so weiter wollte wirklich auch viel online gekauft wird kannst du einfach viele leute damit überzeugen quasi get more zu nutzen ist es komplett kostenlos in die machen sogar so du kriegst du einen baum wenn du das nutzt pflanzen im baum das ist ja nochmal nachhaltig cool nein otto lidl alle wie bei ok nur online oder auch in den geschäften das ist doch kaufst du was bei saturn und wie viel prozent bekommst du bei saturn oder so oder lieferhält bestellt in der pizza bekommst du hört sich schon mal ganz cool an oder dass wenn du dort etwas kaufst mit cashback dann pflanzt hier sogar den baum und es sind wirklich sehr sehr viele partner hier drin und ich zeige dir auch wirklich noch mal warum get more ausgerechnet so gut ist und warum sie es dir wirklich einfach machen hier dieses programm zu auto bis zu elf prozent bis da steht wieder elbe ist dann ist wahrscheinlich immer so einen halben prozent und dann auf irgendein kackt und elf prozent keine ahnung aber okay kann man ja trotzdem nutzen ist ja kostenlos wenn du also besuch auf werden denn da gibt es wirklich richtig richtig krasse aktionen und das zeige ich dir jetzt einfach mal in dem video und grundsätzlich ich nutze get more aus selber um ihr cashbacks zu bekommen das heißt wenn ich mal online irgendwas kaufe dann schaue ich erstmal bei get more und schaut an ob ich daneben cashback bekommen weil es kostet mich nichts und ich bekomme da eben wie gesagt ein teil von meinem ausgegebenen geld zurück und wenn du dich über den link unten in der video beschreibung registriert bekommst du über drei euro geschenkt bei get more das ganze ist also das video verlinke ich dir ich werde keinen link haben check das einfach mal beim flu ab hier ist der link nimmt einfach den link vom flu ja wirklich komplett kostenlos einfach dafür dass du dich registriert und du hast ja auch keinerlei verpflichtung dass du irgendwie was kaufen musst oder so sondern du kriegst diese drei euro hier gutgeschrieben und jetzt zeige ich dir einfach mal wie get more einfach funktioniert dann ist es wirklich nicht schwierig es ist im prinzip nur das kostenlos registrieren was als erster schritt da ist einfach nur deine e mail adresse eingeben passwort generieren und dann bist du auch schon bei get more angemeldet gehst dann eben in deinen shop wo du etwas kaufen möchtest klickst auf den link von get more und wirst dann quasi dort mit dem shop verbunden da gibt es so viele von diesen seiten ja das dass du da jetzt schon bei 45 seiten anmelden muss aber ich sehe der flo hat 4 euro 54 schon mal also gut haben ha auch cool dass er das zeigt oder ist das nicht sein konto aber wird sein konto sein oder ok get more track das ganze und dann wenn du das eben gekauft hast bekommst du ihm den cashback eben wieder gutgeschrieben bei get more und kannst du das dann eben ab 0,01 cent also den ersten cent schon als cashback auszahlen lassen per banküberweisung und von daher kannst du hier wirklich jeden cent als cashback sofort auf den bankkonto überweisen das heißt auch hier ist keine irgendwie versteckten formulierung wo dann da steht ja aber erst nach 50 euro cashback kannst du das auszahlen das cool nein wirklich ab dem ersten cent und jetzt wie kannst du freunde oder eben andere leute einladen das ganze kannst du per einladungs link über soziale netzwerke über e mail über visitenkarten über werbemittel über den eigenen shop machen und das alles bietet die get more direkt auf der seite an das heißt hier musst du dich noch mal extra das ist cool endlich mal etwas smarteres und nicht dann halt so kompliziert über ein anderes netzwerk oder so oder sowas nicht registrieren sondern alles persönlich hier auf deiner persönlichen seite und es wirklich sehr sehr umfang die haben sogar ein bit die link schon dabei interessant das habe ich so selten gesehen nämlich einmal hier den link den kannst du einfach kopieren wenn da dann jemand draufklickt und sich registriert wird quasi dir gutgeschrieben du kannst das über die sozialen netzwerke hier machen du kannst das ganze per e mail machen da haben sie eine komplette e mail vorlage das heißt wenn du großen e mail verteiler hast kannst du hier zum beispiel einfach diese e mail hier rausschicken da ist auch schon dein persönlicher link mit drin und jetzt was ich richtig krass finde also richtig toller service wie finde also gerade für viele jetzt ist das hier richtig toll du kannst eigene visitenkarten hier drucken lassen ich gehe da einfach mal drauf und zeigt dir das da kannst du nämlich individuelle persönliche visitenkarten costa quanta für dich drucken lassen mit deinem namen drauf und so weiter das kannst du alles selber eingeben hier zum beispiel name dann flo farrell und so weiter selbstständiger und so weiter und auf der rückseite wäre dann quasi schon dieses vorgefertigte printing von ja get more das heißt simpel und einfach erklärt das kannst du dann zum beispiel entweder du verteilst es oder du legst es irgendwo aus oder du wirfst es in briefkästen oder also gibt es ganz ganz viele möglichkeiten und interessant sehr interessant da kannst du dann eben auch leute darüber werben zum beispiel hier wenn du die webadresse dann nimmst registrieren eigenen domain machst eine weiterleitung auf deinen link zum beispiel auf den affiliate link und schon wirst du eben getrackt für get more und kannst leute dafür werben und es gibt ganz ganz viele werbemittel für webseiten für e mails hier siehst du es über banner also mobile banner webseiten banner und auch noch richtig krass du kannst bei get more den eigenen shop einrichten kostenlos und damit quasi auch noch mal leute für cashbacks werben also das hört sich generell eierlegen wir wollen mich sau an oder es in allem gibt hier get more wirklich richtig viele möglichkeiten dass du eben leute für get more wirbst dann eben zehn euro bekommst für die für die geworbene person und dann eben noch mal ein leben lang zehn prozent an deren cashbacks mit verdienst das heißt bewirbst jemanden für etwas kostenlos und sogar noch einen nutzen hat und ja das ist im prinzip die schönste methode um jemanden zu werben weil derjenige muss nichts kaufen und wird einfach nur kostenlos eingeladen und noch viel besser ich habe eine e mail bekommen werden während den black deals also haben quasi während der black black friday woche hier vom 23 11 bis 30 11 kriegst du sogar 15 euro weil ich ja wirklich viele leute dann auch profitieren können auch du kannst das selber nutzen wie gesagt der link ist und eine video beschreibung kannst sparen wenn du einkaufst beim black friday ich werde das auf jeden fall machen oder ansonsten würde ich mich freuen über den feedback aber nämlich auch gerne wenn das noch nicht getan hat ja danke lieber floh hey checkt sein video ab ist unten in der beschreibung auch verlinkt das original video und nimmt seinen link ja mein name ist michael kotze ich bin rucksack unternehmer hey wäre natürlich auch toll wenn du meinen kanal abonnieren würde ist hier und ich habe hier noch zwei videos für dich schau dir die auch noch an und viel spaß dabei